und da sind wir auch wieder zurück zum gas station simulator ok wo waren wir stehen geblieben ich täusche genau wir haben jetzt eine toilette die natürlich wieder etwas dreckiger ist weil man muss ja mit seinen dreckigen füßen rennen so wir wollten eigentlich mal mal an wir bedienen jetzt die beiden gucken kurz in die kofferräume noch ein das hatten wir jetzt zwangsweise gekauft und ich dass man jetzt einfach mal stehen ich habe keine ahnung wer von denen welches auto hat das haben wir und wir hatten oder meister Das ist... Ah, siehst du? Wenn also wir jemanden bestehlen... Also wenn wir erwischt werden, dabei sozusagen geht unser... geht unser Level wieder runter. Und das müssen wir aufbauen. Okay. Jo, was? Ein Lebensretter? Das freut mich zu hören, okay. Wie gesagt, uns gegen... Da haben wir keine Produkte mehr. Das ist eine neue E-Mail. Ja, schön für die neue E-Mail. Ich will jetzt erstmal hier die Bat weiter streichen. Also, das ist mal ernsthaft. Äh, halt. Was haben wir denn jetzt hier für eine Farbe? Obwohl, weiß auf der Seite ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Und... Hatten wir das oder das Orange? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Welches Orange wir jetzt hatten? Hatten wir das Helle? Ne, wir hatten... Doch, wir hatten das Helle. Wir hatten das Helle. Okay. Hier hat denn das Helle genommen. Da bin ich mir jetzt... Zumindest sieht das Helle... Ja, es sieht doch besser aus. Okay, äh... Warum kommen wir hier eigentlich nicht rein? Also, wenn... Solange wir da nicht reinkommen... Ähm... Dort drinnen machen wir hier... Ich kriege da die Rindkomme, kriegt ihr jetzt hier kackbraun. Ganz einfach. Ich muss da drinnen nicht... Äh... So, die Frage ist, wie können wir das jetzt hier noch malern? Hm... Von außen haben wir es. Nö. Äh... Was bist du? Bist du auch noch mal eine Toilette? Ah, du bist eine Toilettenerweiterung. Okay, okay, okay. Ah, schmeißt du auch wieder nur Sachen weg? Ähm... Was? Voll... Müll voll? Welcher Müll ist denn voll? Ups, Entschuldigung. Äh, sorry, aber... Ja, ich sag's ja noch einmal... Wenn er abbricht, sollte man aufhören. Oder wenn er auf... Also manchmal... Ey... Sehr merkwürdig. Manchmal doch sehr merkwürdig. Wir sind immer noch bei 33%. Wir müssten irgendwann mal... ...etwas höher kommen. Das wäre schön. Äh... Hier. Du-du-du-du-du-du-du-du-du... Da kommen wir wieder. Oh, mein... Du kaufst gut, das ist... ...gefällt mir. Ich muss sowieso... ...äh... ...äh... Just as I wanted. Jo, sehr schön. Gefällt mir. Äh, hi. Kann ich für dich tun? Ein paar Chips? Okay. Okay, okay, okay. Ja, freut mich. Ähm, so. Lieferung, Produkte, Nahrung. Pringles sind im Angebot. Und die sind im Angebot. Dann kaufen wir nur die. Dann ist das jetzt so. Kaufen. Dekoration, Einrichtung. Regale, Alkohol. Tabak. Oh, 191. Komm, wir kaufen noch Tabak ein. Ähm, Regale. Großer Erfischung. Wir haben noch einen? Okay. Okay. Haben wir einen gekauft, obwohl wir keinen... Was ist denn jetzt los? Jetzt komm ich da nicht mehr... Tabak kommt da hin. Sonst komm ich hier nicht mehr durch. Ist ja ätzend. Du kaufst aber richtig gut ein, oder? Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, Lager hier. Okay. Äh, bist du schon da? Oder haben wir überhaupt gekauft? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal, ob wir noch kaufen können. Produkte. Zigaretten. Nee, weil eine Lieferung unterwegs ist, können wir nicht nochmal bestellen. Müll ist voll. Das meint er mit Müll ist voll. Ja, ich habe eine neue E-Mail. Könnten wir auch gleich mal lesen. Der fährt einfach wieder weg. Dann lesen wir die E-Mail. E-Mail, 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 E-Mail. Wo ist denn hier die E-Mail? Da. Anerkennung und Popularität. Weil, wir haben ja noch ein Getränke-Ding. Jetzt ist die Frage, stellen wir hier noch ein Getränke auf? Also stellen wir noch auf, weil... Ehrlich... So, den da hinpacken. Und... Na, komm schon. Müll noch. So. Wenn wir das einfach noch nach da hängen, könnten wir rein technisch gesehen, zumindest von den Regalen, hier noch eins hinstellen. Aber ich glaube, wir haben eins einfach gekauft und hätten uns eins ersparen können. Davon gehe ich jetzt ganz einfach mal ganz fest aus. Dann packen wir es erstmal hin, solange wir noch genug Platz haben. Finde ich, ist das okay. Und füllen das einfach... Mit allem auf! So, Toilette, okay. Polizei, okay. Reinsteige also, das ist gewollt. Ja, komm, dann beginnen wir dich direkt. Dann kannst du nämlich weiterfahren. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Level 60 sind wir Meister. Ah, da müssen wir aufpassen. Ne. Wenn wir es nicht schaffen, bei Meister, müssen wir sofort raus. Okay, der haut einfach ab. Lagerhaus. Okay, wir machen kurz hier unsere Kundin noch und dann machen wir weiter. Sehr schön, Lieferung ist da, Lieferung ist da. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und dann müssen wir Zigaretten und so einen Blödsinn alles bestellen. Ja, 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 bin ich schon unterwegs. Mach mal hier halblang, ja? Also, kann ja wohl nicht wahr sein. Hebt mal her. So. Und weg mit dir. Steig ein, mach die Biege. Ja, oft zu rauchen. Okay, aber wahrsehend hier also. Ehrlich. Ach so, wir können theoretisch von hier auch. Produkte, Zigaretten. Können wir kaufen? Nee. Aber lieber um Gradundowicz. Können wir nicht kaufen. Aber ich wette, da sind schon wieder Kundinnen und wenn nicht, ist hier irgendwas dreckig. Ah, da, guck mal. Ah, da, guck mal. Kunde Kraftstoff, okay. Ach, ach, da, guck mal. Ach, man. Ist ja wieder rausgegangen. Danke. Und ein Polizist. Und ein Polizist am Kraftstoff mit Einsteiger. Hey, hier wird man ja so richtig zum kleinen Kleptoman. Wenn das so einfach wäre, Schlösser zu knacken. Dann würde ich, glaube ich, jeder machen. So. Dankeschön. Warum bin ich ein Lebensretter? Sagt er doch, oder? Gut, jetzt. Ah. Ah. Was hupst du hier rum? Okay. Die Wäden kann man nicht, äh. Müll ist voll, meint er. Okay. Ah. Hast ihr da den Müll? Oder habt ihr wieder euren Müll hier gelassen? Äh. Wow. Ein bisschen klein war er. Also. Wow. Da, 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 da. Yo, yo, yo. Okay. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Ähm. Trotzdem müssen wir jetzt noch mal Zigaretten bestellen. Auch wenn Zigaretten natürlich so ein heikles Thema immer ist. So. Okay. Dann. Ja gut. Bringt mir nichts. Für Alkohol brauche ich, glaube ich, noch ein Regal, oder? Braucht man für Alkohol ein extra Regal? Muss ich noch gucken. Ähm. Reicht das? Nee. Das kann man bestellen. Was? Nee, nee, nee. Warte, 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 warte. Was? Was ist mit meinem Warehouse? Ich habe doch gar keine Produ... Hm. Okay, ich habe noch Produkte. Tut mir leid. Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen, dass ich noch Produkte habe. So, das ist das, was drin jetzt insgesamt dann im Lager wäre. Okay. Dann müssen wir das erst mal nur bestellen. Wie sieht denn eigentlich der Sprit aus? Ich kenne ja von allem was... Ah, man, noch nicht gut. Immer noch nicht gut. Es tut mir leid, dass du was umsonst bekommst. Ja, und... Es tut mir auch wahnsinnig nicht leid, also wirklich was für den Detail. Es gibt dir da was umsonst und du beschwerst dich. Hallo, du sollst einfach nur fertig machen. Ähm... Ähm... Hallo? Ist wieder genau dieses... Okay, so... Ähm... Incredible! Sehr schön! Ja, dum-da-dum-da-dum. So, dum-da-dum-da-dum. So, sieht doch eigentlich alles noch sauber aus. Äh, ja. Ich sollte nichts gesagt haben. Es tut mir leid, dass du was umsonst kriegen solltest von mir. Ja, ich weiß, dass ich amazing bin. Das sind aber nicht alle so. Das finde ich traurig. Wo ist denn jetzt hier noch... Was ist denn jetzt hier noch... Dreckig! Hallo? 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 Teufel? Die Lieferwagen ist da? Ja, 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 ich bin ja schon unterwegs. Halte nichtsForce voneans 기ressivo escrito. Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe, mit der Ruhe! Ja, ja.. Bin doch schon daaa! Komm rein, komm rein, komm rein. Du fährst noch und ich bin schon beim Entladen. So, dann steig ein und mach die Biegel. Was? Zack, zack. Ich muss nämlich gleich bestücken und dann muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachordern. Die Frage ist, kann ich mein Lager erweitern? Das wäre schön. Wollen wir noch mal warten, bis er raus ist. Nicht, dass wieder die Tor nicht zugeht. Sehr schön. Liefer, ja, haben wir doch. Nee, Lieferwagen-Tor ist vorbei, okay. Ist wieder irgendjemand langmarschiert? Ich sehe ein Auto. Ich habe aber jetzt keinen Kunden gesehen. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das gerade für den Anfang gedacht ist. Wo man ja noch wenig Geld hat. So. Tor, da passt nur ein hier drin an, Zigaretten, ne? Du bist voll. Du bist voll. Du bist voll. Okay, äh, Zigaretten können wir aber noch bestellen. Ich hoffe, das geht schon wieder. Hm. Machen wir das. Ähm, bestellen noch ein paar. Äh, haben wir gerade bestellt. Trinken. Wollen wir auch gerade mehr oder weniger bestellt kommen. Hier. Machen wir eine einfache Lieferung. Also, wenn ihr nichts kauft und nur Müll wegschmeißt, müsst ihr, dann müsst ihr euch wirklich nicht beschweren, wenn ich eure Koffer räume. Was? Yeah. Popularity of 2 Level 2. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ähm, natürlich ist es wieder ein wenig dreckig. Verstehe ich. Ja, man muss ja hier aus dem Auto steigen und erstmal durch den Buddelkasten rennen, um dann hier reinzukommen. Na. Aber wie man sieht, kann die Popularität... Die Frage ist, kann sie auch wieder sinken? Zwei Schachteln und fast 3 Dollar Trinkgeld. Das ist geil. Ist gut. Die Frage ist, ist das eine gute Ausbeute? Kommt auf die Masse der, äh, Bröttern, wa? Hier. Na, nicht mal ganz ein Dollar. Da ist wieder jemand. Sehr schön. Wir müssen nämlich gleich mal gucken, wie der Spritpreis steht. Denn unser Sprit wird wieder langsam leer. Kraftstoff, äh. Ja, komm, wir bestellen 100. Müssen wir mal machen. Machen nicht so viel Gewinn, aber... Ist halt einfach so. Ja, ich weiß, dass der Kraftstoff niedrig ist. Ich bin diesmal so ja so schnell, dass du nicht mal mehr aus dem Auto aussteigen müsstest. Aber er tut es trotzdem. Ein Kunde an der Kasse, ja. Na, komm, fahr. Bam, badam, bam, bam, bam. So, jetzt gucken wir mal. Da ist ein Kunde an der Kasse, was hat man ja für ein Auto dastehen? Für die Leute, die jetzt hier wirklich einkaufen, tut es mir ja noch mit der meisten leid, die auszurauben, weil sie kaufen ja wenigstens was. Aber es gibt ja genügend, die einfach nur ankommen und, äh, ihren Müll wegschmeißen. Was ich eher persönlich nicht glaube, dass die Amerikaner das so machen würden. Ich glaube eher, äh, die würden die Scheibe runter machen. Und dann pfeffern sie die Sachen einfach raus in die wilde Natur. Und alles andere wäre ihnen egal. Okay, 1,40 Dollar. Schön gehört, sehr schön. So. Also, ich sag mal so, ich kann mich glaube ich gerade nicht beschweren. Zigaretten müssten voll sein, ja. Alles voll, jetzt kommt noch mein Spritz, sehr schön. Äh, neben der Tankstelle. Kraftstofflieferung neben der Tankstelle. Ja, Kunde an der Kraftstoffsäule. Sehr. Dankeschön. Ja, du auch. Guten Tag. So, was ist jetzt das nächste Ziel, was wir haben? Wir haben eine Tankstelle. Ähm, da kaufe eine Werkstatt über den PC. Eine Werkstatt soll man jetzt kaufen. Uh, jetzt wird's noch interessanter. Eine Werkstatt sollen wir noch kaufen. Okay. Da, Werkstatt. Wiederherstellen. Perfekt. Okay, jetzt haben wir eine Werkstatt. Äh, Hinweis. Die Werkstatt hat eine Vielzahl von, äh, Minispielen. Nehmen wir dir Zeit, um dich mit ihnen vertraut zu machen. Oh, warte auf den Kunden in der Werkstatt. Warte auf den Kunden in der Werkstatt. Und repariere sein Auto. Ja, wenn ein Kunde kommt, mache ich das. Na. Was wollte ich jetzt machen? Ich vergessen, was ich machen sollte. Äh, wollte. Ach ja, E-Mail lesen. E-Mail? Werkstatt. Okay. Ja. Ist egal. So, er kauft, dann... Das ist die Werkstatt. Okay. Würde ich sagen, wenn er gekauft hat... Ah, da kommt noch jemand. Geh mal kurz in die Werkstatt, gucken mal, ob wir aufräumen müssen, sauber machen müssen, etc. pp. Oh, ein bisschen sauber machen, hier. Nein. Ach, der ist schon wieder anzufangen. That's it. Ja, du hast was umsonst bekommen. Beschwer dich doch. Ey, das ist... Also, manche Kunden sind so ein bisschen sehr unmöglich. Okay, okay, okay. Das sieht aber... Aua! Okay, warte auf den Fall zu verlassen, drücke den Knopfhubbühne. Nutze deine Fähigkeiten Standard Shift, um zu sehen, welche Bereiche... Aufmerksamkeit. Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass genügend Ersatzteile da sind und du das richtige Werkzeug zur Hand hast. Okay, das richtige Werkzeug, was für ein richtiges Werkzeug... Okay, hier ist es schon mal links. Ähm, ganz kurz. Alles klar. So, Sekunde. Ganz kurz was entsorgen. Ah. Kundankasse, ja. Wir machen schnell den Kunden an der Kasse. Ja, du auch. Und dann... Den Knopf sollen wir drücken, okay. Reparatur. Das sieht aus wie ein Spiegel. Das sieht aus... Okay, was haben wir denn hier? Ah, ja. Okay, damit... Äh... Halter umzuwerfen? Nee. Und jetzt? Ah. Oder? Okay. Und der Spiegel, 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 Spiegel. Okay, da brauchen wir mal wieder was. Okay. Das war... Hier, okay. Warum hat er den jetzt fallen lassen? Keine Ahnung. 290 Dollar habe ich dafür bekommen. Die Frage ist, wie viel Spiegel etc. PP. Okay, wir haben ein bisschen was. Dafür haben wir jetzt wieder einen Kunden an der Kasse. Also jetzt wird es nämlich... Ja doch, ich glaube, jetzt wird es richtig stressig. Kann ich mir zumindest vorstellen. Besonders, wenn wir das noch machen. So. Nein. Lassen wir es sein. Ne, ne. So, gleichzeitig müssen wir hier ständig sauber machen. Weil die Leute ja hier mit ihrem... Durch müssen. Dann Kasse. Nein. Also... Wer baut denn das so? Ich hätte es genau umgedreht gemacht. Aber naja, okay. Ist wahrscheinlich genau deswegen gemacht worden, damit man... diese Fehler macht. Jo, danke, 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 danke. Ähm. Die Frage ist, wie viel Platz haben wir denn hier? Reifen haben wir jetzt hier? Fünf Stück. Ich würde gucken. Lieferung. Autoteile. Ersatz der Lieferung. Autoteile funktionieren genauso wie der Kauf von Produkten. Die Preise ändern sich jeden Tag um Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigen Morgen. Machst trotzdem einen Gewinn. Du kannst... Okay. Okay. Das ist das Gleiche. So. Reifen sind gerade günstig. Kaufen wir jetzt zwei Reifen? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist auch gerade günstig. Kaufen wir einfach. Autospiegel sind gerade nicht günstig. Ne, dann kaufen wir noch zwei Reifen. Würde ich vorschlagen. Und bestellen. Neat the car. Okay. Äh. Erkunde an Kraftstoff. Wir kommen. Ja, wunderschön. Äh. Äh. Jungs. Was habt ihr da gemacht? Haben wir deswegen vorne diesen Knopf? alle Autos freigeben? Alle Autos freigeben. Ähm. Ich... 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 Ich muss dich kurz mal hier, äh... bedienen. Und dann kümmere ich mich mal kurz um. Diese Huh... 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 Hust da, die... Hier. Weg damit. Da. Stehst du auch wieder fast? Ah, du stehst. Da siehste, du kommst ja fast rum. Boom. Ah, steht. Steht, wackelt und hat Luft. Was will man mehr? Ne, also, jetzt mal ernsthaft, was will man mehr? Müll ist voll, okay. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab nicht aufgepasst, ich hab kein Geld mehr. Oh, Mist. Ich nix, gell? Ja, 71 Dollar hab ich noch. Halleluja. Just as I wanted. Dankeschön. Danke fürs Trinkgeld, danke fürs Trinkgeld. Ähm, da ist ne Warenlieferung. Ich glaube, die Autoteile waren so teuer, wahr? Komm, wir schauen. Komm, wir schauen, komm, wir schauen. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass irgendjemand in der Werkstatt ist und, äh, dementsprechend für die Werkstatt was möchte. Stimmt, wir könnten mal gucken, ob wir den Müll mitgeben können, oder? Fällt mir gerade so ein. Aufgabe erledigt. Gehe zum Regal, interagiere mit ihm, um die Produkte zu platzieren. Haben wir da auch. Fülle die Regale in der Werkstatt auf. Ja. Machst du mal die... Ich wollte schon sagen, ja, hallo. Wann willst du noch hierbleiben? Was zu tun? So, ähm, wir haben, glaube ich, Place Hour. Oh, wir können auch mehr kaufen. Das ist cool. Place Hour. Also hier passen auch noch mehr rein, ne? Autos betankt, bedient Kunden im Laden, Autos repariert. Das ist das nächste Ziel. Okay, also sprich, wir müssen jetzt hoffen, dass Kunden kommen. Denn zum einen brauchen wir Geld, zum anderen brauchen wir Geld, zum dritten brauchen wir Geld und wir brauchen Kunden. Wir gucken jetzt mal hier, ob alles sauber ist. Natürlich nicht. Und wie hier, wir kommen immer noch nicht rein. Warum nicht? Hallo, ich will doch einfach nur in die Toilette rein. Hm, da habt ihr Pech gehabt. Ernsthaft. Hier ist es ja. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.